Oh mein Gott, was für ein schöner Tag. Was geht YouTube? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Am Wochenende ist es soweit, die EW Beta startet und heute hatte ich schon mal die Möglichkeit, die Möglichkeit, mir Modern Warfare Remastered runterzuladen. Und zwar die Kampagne, aber trotzdem dranbleiben Leute, weil ich weiß selber noch nicht, was das für ein Video wird. Ich werde irgendwas zusammenschneiden, es wird richtig, richtig weird, ich schwör's euch. Wir zocken einfach mal drauf los und gucken mal, wie sich das Ganze so anfühlt. Das ist das erste Mal, was ich jetzt hier auf meiner PS4 das Menü verlasse und auf Kampagne drücke. Und mal gucken, was wir da jetzt machen können. Keine Ahnung. Cheats natürlich direkt, das ist man ja. So, let's go. Wooo. Gargo, make me lose my mind. Up in here. Die ersten Momente zu Hause, die Grafik sehen. Wooo. Leute, ganz kurz, das wird natürlich kein Let's Play, weil die Missionen werde ich jetzt nicht alle durchspielen. Ich denke nicht, dass das jemand will, also das ist jetzt kein Gelaber von wegen, ich weiß es jetzt eigentlich doch, weil ich weiß genau, Let's Play ist nicht so meins. So, ich soll jetzt ein Gewehr nehmen. G36, da habe ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Ich muss die G36 nehmen, was ist denn da hinten alles? Oh, die RPD sehe ich schon, da oben die L118, die Barrett. Das erste, was ich in jedem COD machen muss, ich merke es schon wieder. Hier auf Taktik, hier auf Umkehren, muss ich immer machen. Und wo ist denn die Empfindlichkeit? Oh, man kann wieder vertikal und horizontal einstellen, perfekt. 5, 5. Der Trick ist nämlich, dass man einfach in die Richtung schießt, ohne Riss aufzuäumen. Okay, 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 sorry. Boah, Leute, ich bin nicht eingeältet, das wird jetzt voll die Blamage, Mann. Schießen Sie durch das Holz auf die Ziele. Ja, ich schieße. Achso, durch das Holz, ja, so. So. Leute, ich bin noch nicht eingespielt, Mann. Ich habe auch keinen Aim, Alter. Achso, man kann diesen Modus hier machen, dieses Automatische. Das ist so lächerlich. In jeder Kampagne kann man das machen, man muss nur den Zielknopf einmal antippen. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Das ist der Aim Assist des Himmels. Ja, ich bin eine Pistole, gibt es hier eine Desert Eagle? Ah, eine USP, Alter. Hier, ich knall dich ab, du Dreck. Hey, wieso konnte man das auf einmal? Kann man hier rumscafen? Ja. Wo ist die Wassermelone? So, da. Sauber, ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Na, ihr Noobs, soll ich dich neifen? Na, wen soll ich neifen? Soll ich dich neifen, hä? Schönen wir vor, so wird einer durchdrehen zum Lager. Oh, geile Grafik. Ja, Digger. Mann, ich habe so Bock auf IW, Mann,er. Fuck, fuck. Fuck. Alter. Wie schau ich mal vor, es würde so aussehen, du redest das erst mal mit deinem Vorgesetzten und springst so. Okay, ich habe jetzt für irgendein... Unterbricht mich doch nicht. Ich habe jetzt für irgendwas 60 Sekunden Zeit, um so eine Mission hier zu schaffen. Der Rekord sind 19, aber das werde ich jetzt nicht schaffen, weil ich nicht eingespielt bin. Die Army Pros gehen ja schon auf die übelsten Rekorde mal wieder. Aber ich versuche es einfach mal. Oh, ist das geil. Neues COD, Mann. Mann, ich verlaufe mich jetzt schon, Mann. Es gibt nichts, wo man sich hier verlaufen kann, aber ich schaff's irgendwie. Guck mal, deswegen spiele ich keinen Singleplayer, weil ich da nicht mal den Weg finde. Guck mal, sowas suche ich dann immer schon 10 Minuten. Das ist so typisch Marcel einfach. Ja, komm, ich hau es einfach rein, Mann. Keine Ahnung. Durch die Tür, oder was? Wo ist mein Ziel? Oh, Gott. Wahrscheinlich Rekord, weil ich keine Blendgranaten geworfen habe. So, jetzt machen wir es nochmal hier. In 30 Sekunden kommen. So, komm. Okay. Ja, ja, alles gut. So, hier muss ich jetzt auf den schießen. Hier muss ich eine Flashgranate reinwerfen. Ja, komm her, du. Komm du her. Okay, sehr schön. Ja, ach so, hier. Okay, hier noch einer. Okay, hier die Flash rein. Dann du, du und... Okay, das wollte ich machen. Okay, sehr schön. Falls euch mehr so Zusammenschnitte von Kampagnen und so wünscht. Das wäre ganz unterhaltsam, glaube ich. Macht mir voll Spaß. Dann lass ein Like da. Ja, Digga, aufs Schiff. Gönn dir, Digga, die Zigarre. Mann, so ein Bartwuchs hätte ich auch gerne, Mann. Ja, Digga, let's go. Oh, der war mal überrascht hier. Ja, Digga. 100% Prezi in your face. Hauptsache, man hat jetzt schon drei Menschen getötet. So komplett ohne irgendeine Beziehung dazu zu entwickeln. Oh. Oh. Oh, das ist eine Dose. Willst du noch was trinken? Tja, Pech gehabt. Alter, bei so einem Wetter auf so einem Schiff zu sein, das bockt echt nicht. Oh, geil, Alter. Alter, hier hast du echt so eine schlechte Übersicht. Ich glaube, das ist auch eine Multiplayer-Map. Also, was heißt, ich glaube, ich weiß es. Oh, hier kann man schön Head glitchen, Jungs. Und Mädels. Oh, ja, Digga, hier bleibe ich, Mann. Das ist der schönste Spot, den ich je gesehen habe. Multiplayer werde ich so hier verbringen. Ey, Jungs, habt ihr auch einen Scaf? Hier, guckt mal, Jungs. Ich kann springen und zielen. Seht ihr das? Hallo? Price, siehst du das? Grafik ist schon geil, Leute. Ich schwörs euch. Oh, ja, Digga. AK zum Bandschrank. Scheid auf den Schallnetz, weil ich gehe jetzt mit der AK. Oh, okay, okay, okay. Oh, die AK fühlt sich so gut an. Oh, sorry, das war mein Kollege. Wenn ich mich bei dem Spiel schon so erschrecke, wie soll ich dann jemals Outlast spielen? Digga, was machst du da? Du bist mein Captain. Was ist das für ein Captain? Ja, jetzt kommt der auch mal hier im Pre-Aim oder was, Mann. Läuft hier so rum. Dann macht doch auf. Zack. 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 Und AK raus. Guck mal, meine Teamers machen überhaupt keine Kills. Das ist wie im Multiplayer. Guck mal, der Typ, der kommt weg. Oh, oh, oh. Ja, ich flash ihn jetzt einfach und gebe ihm jetzt ein Night. Komm her. Ach, er ist schon durch die Flash gestorben, glaube ich. Wow, turn on. Wow, campen die doch hier so, oder was, Mann? Teammate. Ich liebe es, einfach so reckless. Oh Gott, ich bin tot. Oh. Das ist hier so ein richtiges Elotrix-Eletrix-Ding hier. Alle sind so am Headglitschen, das ist nicht mehr normal. Wer drückt schon X zum Klettern? Was ist das für eine Lüge hier? Ich drück natürlich das linke Scaf-Paddle. So geht mir jetzt die Uzi. Hitmerker wären geil, Mann. Wow. Ey, Leute, mein Herz. Ich kann das nicht. Boah, die Grafik, Mann. Der PC ist besser. Ist mir auch egal. Mir macht das trotzdem Spaß, Alter. Alter, das Wasser, Mann. Digga, raus hier. Boah, sein Gesicht. Ich würde es so gerne küssen. Titanic, Mann. Guck mal, wie krass ist das gemacht, bitte. Mit Scaf-Paddle. Alter, wie krass war das, bitte. Und ich würde sagen, damit können wir es für heute gut sein lassen. Wenn es euch gefallen hat, so ein kleiner Zusammenschnitt, lasst mir gerne ein Like, da würde mich freuen. Mal was ganz anderes heute. Und dann würde ich noch sagen, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn ihr sowas nochmal sehen wollt in der Art, dann lasst mir einfach ganz viel Likes da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.